moin moin liebe community willkommen zu einem weiteren video heute geht es über das thema viktron und zwar habe ich festgestellt aufgrund vieler anfragen von euch dass es in einigen bereichen tatsächlich verständnisprobleme gibt also zum beispiel wann nutze ich ac-kopplung wann nutze ich dc-kopplung welche arten von verkabelung nutze ich wann also wofür ist kann bus da wofür ist v direkt da was mache ich oder wie verkabel ich in welchem fall also ac verkabelung dann gibt es noch die themen wie ist das mit den mit den einzelnen geräten wie ist das was mache ich wie also schlussendlich habe ich extrem viele anschreiben von euch und das finde ich auch total gut aber ich denke da muss ich jetzt mal so ein bisschen arbeit leisten insbesondere damit ich natürlich auf dieses video verweisen kann und sage bitte schau dir das video mal an dann hast du schon mal ein bisschen grundlage bekommen und danach können wir uns gerne weiter unterhalten genau da werde ich jetzt ansetzen ich werde euch einiges vorstellen ich weiß auch nicht genau ob ich jetzt alles in ein video rein quetschen kann oder nicht macht ja manchmal auch nicht so sinn alles in ein super langes video zu packen vielleicht mehrere kurze mal sehen wie ich das jetzt mache des weiteren kurz noch ein ein ding in eigener sache und zwar bekomme ich von euch extrem viele e-mails oder auch anfragen können wir mal telefonieren wenn ich total super nur aufgrund der anzahl die jetzt in letzter zeit hier einschlägt im endeffekt ist es so dass ich gar keine chance habe alleine das zu beantworten ich kann nicht auf jede e mail irgendwie im detail eingehen ich kann auch nicht mit jedem der gern mit mir telefonieren möchte jeden abend irgendwie einmal telefonieren das ist unmöglich weil so viele abende habe ich gar nicht zur verfügung und irgendwo muss ich ja auch noch ein bisschen irgendwo selber was machen können so und deswegen ist es für mich wirklich schwierig auf alles wirklich detailliert einzugehen ich wollte es nur noch mal sagen dass es nicht böse absicht ist wenn ich nicht jede e mail irgendwie im detail beantwortet oder auch nicht jeden telefon jedes telefonangebot annehmen das liegt einfach daran dass dafür nicht genug zeit ist nur für euer verständnis damit ihr wie gesagt nicht sauer seid ich gebe mein bestes und versuche das beste auszumachen aber es ist einfach mittlerweile aufgrund der menge unmöglich so das video geht es los ich hoffe ihr könnt da ein bisschen was bei lernen die alten hasen werden es vielleicht ein bisschen langweilig finden oder naja was heißt langweilig aber nicht so informativ wie es sein könnte aber es gibt auch jede menge anfänger auf dem kanal von daher ich wünsche euch viel freude dabei wenn ihr fragen habt lasst die kommentare los und gebt mir natürlich wenn möglich wenn es noch nicht getan habt ein abo oder ein like das wäre total super danke euch so los geht's ich habe da mal was vorbereitet ziemlich untypisch für mich ist dass ich eine präsentation gemacht habe einfach deshalb um auch mal bilder zeigen zu können normalerweise kennt ihr mich dass ich immer irgendwie so do it yourself mäßig unterwegs bin und gegebenenfalls einfach mal videos von den anschlüssen mache und so die habe ich jetzt hier nicht aber ein paar fotos und diese fotos die werden wir jetzt einfach mal besprechen unter anderem natürlich auch von meinen eigenen geräten fangen wir jetzt einfach mal damit an so was ich immer wieder bemerke ist dass der begriff ac und dc gekoppelt in zusammenhang mit viktron nicht so ganz klar ist wovon sprechen wir hier jetzt hier sieht man jetzt mal so eine test grafik die grafiken habe ich mir übrigens größtenteils von viktron selber heruntergeladen beziehungsweise leicht verändert je nachdem ich hoffe dass das für viktron in ordnung ist wenn nicht dann meldet euch bitte bei mir ich denke aber schon da es ja für den laden ja mehr oder weniger eine gute werbung ist leider sind einige der grafiken ein bisschen unscharf also das müsst ihr dann müsst ihr verzeihen hier haben wir jetzt beides in einem bild das geht bei viktron das heißt ich habe ich muss mich nicht irgendwie auf ac oder dc gekoppelt kaprizieren sondern ich kann hier wirklich hingehen beides bauen nur der übersicht halber erstmal was ist das überhaupt ac gekoppelt bedeutet wie der name schon sagt ich habe irgendwo eine verbindung zur ac seite also zur wechselstrom seite das ist jetzt in diesem fall die ac out seite des viktrons also mehr oder weniger die notstrom seite das kann man hier auch durch diese no break load steht da dran steckdose also mehr oder weniger unterbrechungsfreie stromversorgung sehen das ist einfach die ganz normalen solarpaneele die über dc dann in ac inverter gehen und der hängt dann am ac out das gegenstück dazu ist die dc kopplung und die dc kopplung sieht man hier auch wieder ac quatsch dc solarpaneele die dc solarpaneele sind mit dem ladecontroller also eine mppt von viktron verbunden und dieser ist dann mit der batterie verbunden und die batterie ist dann wieder ja mit dem multiplus verbunden das kann natürlich über einem busbahn geschehen wie auch immer also die können auch beide direkt nebeneinander hängen und dann an der batterie angeschaltet sein das ist erstmal total egal aber das hier ist halt ein dc-dc wandler der im endeffekt aus der spannung der pv module die batterie spannung macht und somit die ladung der batterie regelt so das erstmal grundsätzlich wo ist der unterschied zwischen ac und dc gekoppelt jetzt gehen wir mal zu den unterschiedlichen arten die man noch haben kann bei ac koppelung gibt es wie es sei es auch anders möglich zwei arten das zu machen ich kann nämlich einmal dass den pv inverter den ac pv inverter vor den multiplus schalten das ist hier jetzt zu sehen oder ich schalte ihn dahinter das ist dieses hier also mehr oder weniger wie im vorherigen bild wo ist jetzt der unterschied der unterschied ist das wenn ich das so baue hier die der ac pv inverter netzgeführt ist das heißt hier liegt ein 50 hertz an und 230 volt das kommt von der stadt geht hier rein und der erzeugt dann lustig strom je nachdem wie der dann hier programmiert ist wird dann dieser strom erstmal im haus genutzt und gegebenenfalls zum batterieladen benutzt und erst im allerletzten in allerletzter konsequenz geht er ins netz als ja als einspeiseleistung nachteil dieser ganzen nummer ist wenn dir dieses netz mal ausfällt dann ist der ac wechselrichter auch tot denn der multiplus der läuft zwar weiter weil der schaltet ja in dem moment hier seine seinen ac in mehr oder weniger ab und alles was war hier am no breaks loads hängt läuft weiter aber eben nur das was hier hinter hinten hinter hängt und der pv inverter der bekommt dann halt nicht irgendwie rückwärts oder so weil das ist nicht erlaubt seine spannung sondern der schaltet einfach stumpf ab sprich strom hier aus strom auf dem pv inverter fällt aus und wenn die batterie der ist auch strom auf dem multiplus aus das ist ja eher so suboptimal deswegen kann man das ganze auch hier so bauen das heißt man hat hier wieder seinen netzeingang der der netzeingang geht auf den multiplus den zähler habe ich jetzt hier einfach mal weggelassen der kann da sein muss er aber nicht je nachdem ob ich ein oder mehrphase ich fahre ich habe dann aber den ac wechselrichter am ausgang des multiplus so jetzt haben wir wieder den fall hier fällt der strom aus multiplus schaltet um auf inselbetrieb und was ist dann der ac wechselrichter bekommt weiterhin sein netz und ist somit ganz normal funktionsfähig spricht der erzeugt über seine solarpaneele leistung die leistung wird auf den ac out eingang ganz wichtig zu zu wissen der ac out eingang der kann auch genutzt werden um die batterien hier zu laden aber dazu kommen wir später nochmal und ja erzeugt einfach strom die batterien werden geladen solange licht draußen ist beziehungsweise solange genug pv leistung zur verfügung steht wird natürlich erstmal diese leistung genutzt um diese lasten hier zu ja zu versorgen und der rest wird dann hier in die batterien gespeichert und sollte dann irgendwann die batterie voll sein und die ac lasten nicht mehr versorgt werden oder nicht mehr leistung anfordern dann wird der multiplus die leistung erhöhen und dementsprechend dann dieses gerät hier runter regeln das ist auch der grund warum ich immer fronius wechselrichter empfehle weil damit funktioniert das stumpf einfach am besten weil die schön sauber linear bis 53 hertz abregeln wenn man die in den passenden modus versetzt und als insel wechselrichter in der in diesem zusammenhang wirklich wirklich gut funktionieren wichtig dabei ist noch zu wissen dass bei viktron diese eins zu eins regel hat die besagt man darf hier auf der wenn man das so betreibt also hinter dem multiplus heißt das man darf nicht mehr wechselrichter leistung ac mäßig haben wie der multiplus in der lage ist an energie in die batterien zu schaufeln das liegt einfach daran dass der energie erhaltungssatz auch hier gilt das heißt wenn ich hier jetzt nehmen wir mal an 10 kilowatt erzeuge und hier aber nur drei kilowatt weg speichern kann in die batterien dann habe ich hier viel zu viel strom und dann schaltet der hier hoffentlich dann in einen fehler weil die energie muss irgendwo hin und irgendein bauteil gibt dann nach also so viel nur mal ganz kurz zu was ist denn diese eins zu eins regel da kann man gegebenenfalls auch noch mal genauer darauf eingehen aber das video soll ja jetzt nicht zu lang werden und nur einen kurzen überblick bieten so kommen wir noch mal zu dc kopplung das hatte ich ja eben schon mal erklärt ich habe hier weiterhin mein mein ac in der ac in versorgt den multiplus so jetzt fällt der strom aus was passiert erstmal gar nichts der erzeugt nämlich jetzt hier weiter seinen strom der erzeugt jetzt weiter oder der versorgt weiterhin die ac lasten und der einzige unterschied ist dass hier jetzt dc dc spannung genutzt wird sprich dc spannung vom solar panel dc spannung auf dem dc dc wandler des ladereglers damit direkt entweder in die batterie geladen wird oder aber der multiplus versorgt wird und somit ja mehr oder weniger sehr effektiv erstmal hier die batterien geladen werden wo ist jetzt der unterschied der ganzen nummer der unterschied ist die ac gekoppelten anlagen sind nicht schwarz start fähig das bedeutet sollte sollte dieser ich gehe noch mal gerade ein bild zurück sollte die batterie leer sein das netz ist tot die batterie ist leer dann fährt der multiplus irgendwann runter und sagt so batterie ist ja ist leer ich kann nicht mehr und dann fährt in dem moment natürlich der wechselrichter auch runter und damit ist feierabend weil die batterie nicht mehr genug leistung hat der kann kein netz zur verfügung stellen und auch am nächsten tag also wenn es wieder hell wird dann passiert trotzdem nichts weil ja er hat nicht genug energie zum hochfahren und kann somit den hier nicht versorgen selbst wenn die sonne knallen sollte keine chance dass er wieder hoch fährt so und deswegen ist gerade wenn ich so eine anlage baue und wert darauf lege dass diese anlage mehr oder weniger autark laufen kann ist eine entweder eine dc kopplung anzustreben oder aber eine gesunde mischung aus ac und dc kopplung dann kann man sich jetzt natürlich die frage stellen warum will ich denn dann überhaupt eine ac kopplung das hängt immer davon ab erstens mal was möchte ich mit dem strom machen also wenn ich den strom hier direkt im haus verbrauchen möchte dann ist es natürlich so dass dieser wechselrichter hier den strom direkt an die lasten abgeben kann und nur das was über ist hier in die batterie läuft so dann habe ich ein habe ich einen ganz guten wirkungsgrad der wechselrichter der wird irgendwo so bei ich weiß es jetzt nicht genau was die fronius so haben sagen wir mal 95 prozent wirkungsgrad irgendwie so in der richtung wird er die ac lasten versorgen und dieser hier der wird mit naja nicht so sehr hohem wirkungsgrad dann die batterie laden weil die batterie selber auch noch mal verluste hat also das ist jetzt in dem fall tatsächlich sehr effektiv um die lasten direkt zu versorgen nicht so effektiv um die batterien zu laden wenn ich dann wiederum mir die dc seite angucke dann ist es so ich erzeuge hier zwar sehr effizient ich meine die mppts liegen so bei 98 prozent wirkungsgrad ich soll erzeuge hier sehr sehr effizient meine dc spannung für die batterie und kann somit sehr effizient laden sprich batterieladung ist hier genau umgekehrt zur ac kopplung sehr effizient aber wenn ich jetzt meine ac lasten versorgen möchte dann muss erst mal der multiple der auch eine kennlinie hat diese ac lasten versorgen und dementsprechend habe ich hier jetzt verluste an der stelle das heißt wenn ich eine wenn ich beide welten zusammenbringe sprich ac kopplung und dc kopplung dann bin ich erst schwarz start fähig ich kann zweitens meine ac lasten sehr sauber bedienen der überschuss geht dann nicht verloren sondern verschwindet auch in der batterie und wenn ich die dc seite betrachte kann ich prima die batterien aufladen sehr sehr effizient habe kaum verluste und alles was übrig ist fahre ich dann auch im bereich der ac lasten und das last but not least das ganze ding ist dann halt trotzdem schwarz start fähig das heißt wenn ich es kombiniere hier ein ac wechselrichter da ein dc dann kann der im schlimmsten fall wenn die batterie komplett leer ist sorgt der am nächsten morgen dafür dass die batterie eine gewisse grundspannung hat und wenn die grundspannung erreicht ist dann startet der wechselrichter erzeugten ac netz und würde dann den nachgeschalteten ac wechselrichter starten können das natürlich nur für den fall dass man irgendwo ein inselbetrieb hat oder irgendwo auf einer hütte sitzt oder einfach damit rechnet dass irgendwann in nächster zeit hier mal ein blackout auftritt und man längere zeit ohne strom ist so dann gibt es hier im viktron handbuch noch genau diese zeichnung das ist auch noch mal ein bisschen erklärungsbedürftig hier kann man nämlich jetzt so ein paar leichte unterschiede erkennen hier kann man nämlich jetzt sehen also erstmal das erste bild hier da steht topologie in reihe mit dem netz mit mppt solar laderegler was ist damit gemeint damit ist eine eine dc gekoppelte anlage gemeint und die versorgung der lasten hier hinter das kann übrigens auch eine dreiphasige anlage sein das hier das bild ist nur eine einphasige anlage das geht aber genauso gut dreiphasig funktioniert genau ja genau so nur dass dann halt l1 l2 l3 durch jeweils ein multiplus versorgt werden es gibt eine batterie und beliebig viele naja nicht beliebig viele aber eine ganze anzahl von mppt kann man nachschalten und die würden dann die last versorgen also die last in diesem fall wäre dann zum beispiel das haus das ganze wäre mehr oder weniger eine usv also eine unterbrechungsfreie stromversorgung und im beim im ausfallfall des public grids würde das ding einfach weiterlaufen wenn das public grids da ist dann merkt man hier auch gar nichts der multiplus unterstützt so lange bis die batterie ja bis bis er seine eigene leistungsgrenze erreicht hat und den rest holt er sich einfach aus dem netz so das gleiche haben wir jetzt hier in mehr oder weniger mit dem ac wechselrichter hatte ich ja eben schon erzählt genau dasselbe thema ac wechselrichter versorgt die lasten oder wird lädt über den multiplus die batterien und was über ist verschwindet dann im netz auch so lange bis hier das netz ausfallen sollte in dem moment baut der multiplus eine insel auf versorgt weiterhin den pv den den ac wechselrichter und lädt die batterie nachteil ist wie ich das eben sagte wenn jetzt die batterie mal leer ist und das public netz ist weg dann fährt das ganze system auch nicht selbstständig wieder hoch aber das ganze ist auch erst mal wieder das ganze ist auch erst mal wieder mehr oder weniger als inselbetrieb oder für den inselbetrieb ausgelegt ich hänge einfach anstelle meiner ac loads mein haus dahin und dann ist gut jetzt kann man hier noch mal sehen ach so das hatte ich gar nicht erwähnt das sind sogenannte ess systeme also energy storage systeme die quasi erst mal dafür sorgen dass an eurem netzübergabepunkt möglichst eine null ja mehr oder weniger eine null erreicht wird und somit eure stromzähler nicht mehr vorwärts läuft und keine rechnung erzeugt wird das funktioniert ein und auch dreiphasig einphasig ist funktioniert deshalb weil es phasen saldierende zähler sind in deutschland und dementsprechend wenn ich auf phase 1 1000 watt einspeise und auf phase 2 und 3 jeweils 500 watt abnehme habe ich rein rechnerisch eine null und dementsprechend zählt der zähler das auch gut gehen wir mal hier weiter hier ist jetzt der der unterschied den man hier sehen kann hier ist das ac power meter mit eingebaut hier auch in der nächsten version das habe ich hier oben nicht weil der multiplus ein ac power meter eingebaut hat das heißt der kann natürlich die ströme die über ihn drüber laufen messen und dementsprechend darauf reagieren das habe ich jetzt in diesem fall nicht weil ich habe hier einmal hier unten eine loads also eine ganz normale loads und dann habe ich hier noch so eine critical loads nummer solange der multiplus jetzt oder fangen wir anders an also solange wenn ich hier auf der loads seite irgendwie einen trockner einschalte oder sonst irgendwas dann hätte der multiplus hier in diesem fall gar keine möglichkeit feststellen dass ich das getan habe weil der die last ja hierüber liefe direkt zum public grid so jetzt ist hier aber ein power meter drin und das power meter sieht auf der entsprechenden phase dann den anstieg dieses power meter sagt dem multiplus dann hinterher okay kollege auf dieser phase wird strom gezogen so und so viel bitte erzeugt jetzt mal so und so viel leistung und das macht er dann aus der batterie und parallel dazu wird halt über das pv array wieder nachgeladen und sollte der strom hier ausfallen an der stelle habe ich hier hinten leider keine strom das ist nämlich der eingang des multiplus das ist auch wie ich das eben schon sagte das ist relativ wichtig dass das funktioniert weil sollte der jetzt hier einspeisen wollen dann würde gegebenenfalls irgend so ein armer elektriker auf dieser seite hier anfangen zu zappeln weil der nicht damit rechnet dass da irgendwie rückleistung rück gespeist wird also macht er das auch nicht sonst würde auch keine zulassung kriegen die hier diese 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 critical loads wiederum die hängen ja hinter dem multiplus und da könnte man jetzt zum beispiel eine kühltruhe oder eine heizung oder was auch immer anschließen was dann gerade mal als wichtige oder was wichtig versorgt werden soll und das würde auch weiterhin laufen also auch wenn hier das public grid wegfliegt man hat hier also sozusagen ja mehr oder weniger eine zwei klassen stromversorgung also die normalen lasten und die kritischen lasten und die normalen lasten fallen halt aus wenn das hier nicht weitergeht das netz und die critical loads werden dann auch so lange versorgt bis die batterie leer ist oder der bis die batterie leer ist und der multiplus runterfährt der dc wechselrichter laderegler lädt dann wieder auf das gleiche ist hier das ist nichts anderes das ist auch wieder netz parallel das ganze also die beiden unteren sind die netz parallelen anderen angaben dass hier das anlagen dass hier oben sind die anlagen die in reihe sind netz in reihe geschaltet sind und dementsprechend ist es hier dasselbe nur jetzt wieder mit einem ac wechsel richter da muss ich jetzt auch nicht mehr zu erklären weil die funktionsweise ist genau die gleiche wie hier nur dass dieses wieder nicht schwarz start fähig ist da der ac wechsel richter am ausgang des multiplus hängt okay so viel erstmal zum handbuch damit man die einzelnen topologien so ein bisschen verstehen kann das ist tatsächlich relativ intensives thema da könnte ich noch deutlich tiefer darauf eingehen aber das wird jetzt das video viel 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 zu lang machen und deswegen belasse ich es erstmal dabei so eben hatte ich da ein paar zähler gezeigt und da gibt es jetzt von viktron beziehungsweise nicht mal von viktron selber sondern der hersteller ist carlo gavazzi das kann man hier so an diesem schönen kleinen roten zeichen sehen da steht es glaube ich auch man kann es so halbwegs sogar erlesen gibt es so momentan eine handvoll zähler die man verwenden kann hier sind jetzt drei abgebildet das ist der einmal der et 112 dann ist dieses hier der et 340 und der neueste zähler im bunde ist dieser em24 hier und den gibt es sogar noch in zwei versionen deswegen habe ich hier unten noch ein bild gemacht hier kann man an dieser stelle sehen hier sind sechs so kleine schraubklemmen und hier bei dieser version das ist bei mir aus dem schaltschrank deswegen habe ich das mal schnell aufgemacht nur damit man sehen kann ist ein ethernet also ein netzwerk anschluss das hier ist die rs 485 version dieses hier ist auch eine rs 485 version das hier auch die einzige ausnahme bildet halt die em24 version mit ethernet hat vor und nachteile wenn man diese zähler zum beispiel als zentral zähler als gridmeter verwenden möchte dann präferiere ich immer die rs 485 zähler weil die direkt mit dem servo beziehungsweise mit dem gx gerät kommunizieren und die ausfallwahrscheinlichkeit geringer ist denn wenn diese kommunikation zwischen dem zähler und dem gx gerät nicht mehr funktioniert dann schalten meine multiplusse gegebenenfalls in den pass-through modus oder nicht gegebenenfalls mit sicherheit schalten in den pass-through modus und viele leute wundern sich da immer was denn da los ist ja ansonsten ist der unterschied relativ einfach kann man ja auch direkt erkennen man hat hier einen einphasigen zähler also ganz normal n und l1 dann haben wir hier einen dreiphasigen zähler der holt sich das n über eine der über eine der klemmen hier und das gleiche gilt auch für den ne stimmt gar nicht falsch ich glaube der hat auf der anderen seite hat er eine klemme für n das hier sind wirklich nur die rs 485 klemmen und hier genauso also dieser hier hatten n und einen l dieser hier hat l1 bis l3 dieser hier ebenso und auf der anderen seite wenn ich das denn jetzt zeigen könnte habe ich natürlich vergessen aber hier kann man es vielleicht erkennen also hier oben geht so ein blauer draht rein und der blaue draht das ist n das ist hier genauso und dementsprechend die zähler brauchen das halt um selber funktionieren zu können also sie brauchen nicht nur die drei phasen sondern die brauchen auch ein n gut okay was gibt es noch zu dem zählern zu erzählen ach so ganz wichtig einige leute oder man liest immer wieder im forum a meinen mein export funktioniert nicht richtig die grafen sehen komisch aus und das grundsätzlich funktioniert alles aber das vrm funktioniert nicht so wie es sollte dann ist mit ziemlich hoher wahrscheinlichkeit der et 340 verbaut der et 340 hat intern eine andere art die summen zu berechnen und damit kommt das vrm von bigtron wieder nicht klar grundsätzlich funktioniert das wie gesagt also zum beispiel das ess funktioniert oder die erfassung das ist alles so wie es sein soll nur die einspeiseleistung das funktioniert leider nicht und darum nutzt man aktuell eigentlich bei bei neueren anlagen nur noch den em24 weil dieser fehler tritt dann nämlich nicht auf der eben 24 von carlo garazzi der ist ja ganz normaler drei phasen zähler der kann auch einphasig betrieben werden genau wie der et 340 wird für gewöhnlich aber für drei phasen anlagen benutzt und dementsprechend wird der ja macht er einfach das was er soll nämlich zählen und auch vernünftig was ich dazu noch sagen wollen würde ist nämlich dass hier oben ein kleines schalterchen sitzt hier kann man noch natürlich noch besser erkennen und dieser kleine schalter der sollte mindestens mal bei der inbetriebnahme der anlage besser immer auf 1 oder 2 stehen aber nicht hier auf dem schloss symbol misst da da ist ein kleines schloss zu sehen das ist jetzt leider nicht gut auf der auf dem bild zu sehen aber es ein kleines schloss und wenn der em24 auf diesem schloss steht dann wird das nicht richtig funktionieren zumindest bei der initialen auf dem bei dem initialen aufsetzen der anlage bitte immer auf eine andere position stellen und dann funktioniert das auch so viel erst mal zu den zählern so was haben wir noch jetzt geht es momentan um die viktron gx gx das sind im endeffekt die kommunikations zentralen des viktron systems ich habe jetzt hier mal zwei der meist verwendeten auf die präsentation gepackt nämlich auf der linken seite das venus gx und auf der rechten seite das serbo gx es gibt noch ein ein octo gx ich kann aber auch das venus os ganz normal auf einem raspberry pi laufen lassen wenn ich das möchte also es gibt einiges an möglichkeiten bei einem raspberry pi fehlen mir natürlich hier diese ganzen lustigen schnittstellen die man hier hat und das ist auch einer der zentralunterschiede bis zwischen diesen beiden geräten das venus gx hat erstens mal kein bildschirm es hat weniger usb schnittstellen es ist auch von der rechenleistung her deutlich schwächer als das servo also wenn ich jetzt eine anlage mit drei phasen und einigen mppts plane dann sollte ich mir kein venus gx dahin stellen weil dann wird irgendwann die kommunikation mit dem vrm so ein bisschen hakelig beziehungsweise auch die echtzeitdaten werden ein bisschen hakelig außerdem habe ich hier nur zwei ve direct ports ve direct ports da gehe ich nachher noch mal drauf ein aber für gewöhnlich werden darüber mppts angeschlossen ansonsten ist das erst mal von den anschlussmöglichkeiten her herrn nicht nicht ganz das gleiche aber ich kann beinahe dasselbe damit machen gehen wir mal gerade zum servo gx rüber das ist nämlich das gerät was momentan am häufigsten eingesetzt wird ich habe hier zum beispiel ein bms kann bus ich habe dann noch ein ve kann bus dann habe ich hier drei frau vd direct ports die hatte ich hier nur da hatte ich nur zwei hier und ich habe auch nur ein v e kann bus und kein bms kann bus also das ist schon ein bisschen anders beziehungsweise das hatten sie hier dann kann bus 2 genannt also grundsätzlich habe ich ja auch zwei kann bus kreise aber das ist nicht so schön gemacht des weiteren habe ich hier noch so ein paar usb ports und hier das ist so ein kombi port die man da sehen kann der ist eigentlich nur für das display gedacht welches man übrigens nicht braucht und welches in den größen 5 und 7 zoll zur verfügung steht es geht aber also wer wer es haben möchte ich finde das finde das grundsätzlich sehr schön aber es ist halt ein teurer spaß nur um ab und zu mal so ein paar werte abzulesen die ich auf einem auf einem display auf meinem handy oder auf dem tablet oder auf dem computer sowieso sehen kann also gut muss man halt wissen wenn es vielleicht irgendwo in einem in einem boot oder auf einem in dem wohnmobil eingebaut ist das vielleicht noch was anderes aber für die stationären speicher um die es jetzt hier gerade so hauptsächlich geht ist es eigentlich egal so dann wie gesagt drei v-direct ports hatte ich eben v-bus ist der bus oder sind die ports die richtung viktron multiplus gehen dann habe ich hier noch ein netzwerk anschluss hier unten sind zwei relais verbaut mit denen ich beliebig irgendwas schalten kann oder beliebig nicht nach vorgabe mehr oder weniger ich habe hier ein power in und dann habe ich hier noch ganz viele sensor eingänge und also zum beispiel so tank sensoren kann ich da anschließen temperatursensoren oder auch einfach digitale eingänge also 0 1 je nachdem und kann da auch diverse dinge mit tun jetzt ist es so dass wenn ich die kleinste verfügbare einheit eines ess ist im endeffekt ein zähler ein multiplus und ein ein gx gerät und ohne dieses gx gerät ist auch ein ess also ein energy storage nicht machbar das muss also in irgendeiner form vorhanden sein und wie gesagt gegebenenfalls sogar als raspberry pi okay so viel erst mal zu den dingern und hier ist dann jetzt noch mal eine volle anschluss belegen des serbo hinterlegt das ist nur um mal zu zeigen was man damit alles machen kann das gerät hat also nicht nur ein ethernet anschluss das hat auch ein bluetooth anschluss mit dem man wo man mit der viktron software hin verbinden kann ich habe ein ein ja ein wlan ich habe ein bluetooth sagte ich ja schon ich habe diverseste möglichkeiten hier sachen anzuschließen viktron hat hier zum beispiel die relais einmal mit einem mit einem generator belegt nur um das mal zeigen zu können der serbo selber kann mit 10 bis 70 volt glaube ich versorgt werden wenn ich mich nicht ganz irre also ist unheimlich von der spannung unheimlich breit aufgestellt ich kann hier smart solar geräte anschließen ich kann vor direkt in werter anschließen also kleine in werter anschließen ich kann hier die multiplus anschließen ich kann tot und teufel anschließen also wie gesagt nur mal der übersichtlichkeit halber was man denn da an dieses gerät alles anschließen kann so das nur mal ganz kurz zum servo beziehungsweise zu dessen anschlussmöglichkeiten auch dazu kann man wahrscheinlich noch mal ganz eigenes video drehen nur um das einmal zu zeigen so jetzt geht es um die multiplus 2 und da habe ich nämlich da ist nämlich folgendes momentan ich wurde öfter mal gefragt ob man den ess auch mit anderen multiplus aufbauen kann und die die allererste aussage dazu ist erst mal ja geht darfst du nur nicht das liegt daran dass die multiplus 2 beziehungsweise jetzt auch die servos der die quadros entschuldigung die neuen quadros die sind nur noch nicht zertifiziert ein ein na schutz einen integrierten na schutz haben das heißt die trennen allpolig im stromausfallfall des grid von den geräten so dass der arme elektriker den ich vorhin schon erwähnt habe an der straße nicht zappeln muss wenn da irgendwas passiert spricht die rückeinspeisung wird aktiv verhindert und das muss ein redundantes relais sein das kann man jetzt hier so ein bisschen erkennen ich habe hier nämlich jetzt einfach mal von drei verschiedenen multiplussen die ja die mehr oder weniger die 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 beschaltungs bezeichnung beziehungsweise die ja im endeffekt ist das auf den multiplus aufgedrückt so ein kleines schaltdiagramm alles multiplus aber unterschiedliche arten von multiplus hier kann man nämlich jetzt sehen was es da so alles gibt also ich fange mal ganz links an das sind so die 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 ist das ist das ist so die älteste version diese dieses relais hier das ist eigentlich das sind eigentlich zwei relais beziehungsweise sogar eigentlich sind es wenn ich mich nicht irre sogar vier die dann im endeffekt allpolig den ac ausgang der hier hart mit dem wechselrichter verbunden ist trennt das heißt fällt hier ac in aus macht das klack das relais auf und dann sind die getrennt bei den allerersten multiplus gab es nicht mal ein zweites gab es kein zweites relais sondern das ding war hart verdrahtet der ac out ausgang der zweite war hart verdrahtet mit dem ausgang so dass sobald hier ac in ausgefallen ist zack war hier ac out zwei auch aus das hat sich dann hinterher mit den neueren versionen ein bisschen geändert hier kann man noch mal das gleiche schaltbild mehr oder weniger sehen nur dass man jetzt hier halt die redundanten relais sehen kann sprich die sind auch notwendig wenn man eine zulassung haben möchte das ist nur hier jetzt nicht eingezeichnet genau wie bei den neueres neuesten geräten beziehungsweise ne stimmt nicht bei den neuesten geräten ist es sogar auch drauf das sind jetzt zwei fotos von mir also zwei verschiedene arten von multiplussen die ich bei mir im keller habe und die sind auch tatsächlich nicht miteinander kompatibel wenn ich ein drei phasen system bauen will eben genau aufgrund dieser unterschiedlichen hardware revisionen das kann man hier ganz prima sehen hier ist auch der ac out zwei direkt mit ac in verkabelt und ich habe hier meine beiden relais die das trennen und wieder den wechselrichter der ja aus dem aus der gleichspannung der batterie wechselspannung macht und das hier ist so die neueste aktuelle generation die hat ein ac in dann hier die beiden relais und wieder ein ac out und wenn ich mir den ac out 2 angucke dann hängt er jetzt nicht mehr hier direkt am ac in wie es hier so der fall war hier oben sondern der ac out 2 hängt genauso am wechselrichter wie der ac out 1 einziger unterschied ist der hat ein relais das heißt ich kann das system programmieren ich kann dem system sagen wirft doch bitte mal die last ab am ac out 2 wenn zum beispiel die batterie spannung x prozent unter und x volt unter unterschreitet und dann löst das relais aus und wirft das ab das ging vorher halt nicht ne also ac out 2 war immer aus wenn sobald ac in abgeschaltet hat so und ja das sind so die ist so die evolution der der multiplusse wie gesagt die arbeiten in einem dreiphasen system auch nicht zusammen man muss immer gut auf die hardware revision achten am besten die teilennummer vergleichen damit man immer genau die gleiche teilennummer hat wenn man denn ein dreiphasen system aus einem einphasen system nachbauen oder nachrüsten möchte wichtig bei den multiplusen deswegen habe ich sie oben noch mal hingeschrieben ist die haben bidirektionale ein und ausgänge das heißt der ac out 2 zum beispiel oder ac out 1 hier in dem fall die können auch benutzt werden um die batterie zu laden das heißt der strom kann auch wenn jetzt zum beispiel hier ein ac wechselrichter nachgeschaltet ist in diese richtung fließen durch den wechselrichter hindurch in die batterie rein das geht der heißt zwar ac out da müsste aber eigentlich ac in out stehen und das gleiche gilt auch für den ac in der müsste eigentlich auch ac in out heißen und um die um das jetzt mal total verwirrend zu machen wenn ich nämlich ein ess system baue was wirklich nur an ac in hängt dann fließt der fließt der strom halt von der batterie über den wechselrichter über die beiden relais auf den ac in und fertig das geht auch deswegen das ist so gerne mal ein missverständlich von leuten die sich mit den viktrons noch nicht beschäftigt haben also mehr oder weniger dass die ein und ausgänge bidirektional sind also sowohl die batterie laden können als auch die batterie entladen können muss man halt wissen gut vde an 4105 2018 sind sie alle zertifiziert also alle multiplus beziehungsweise halt falsch das stimmt überhaupt nicht aktuell ist es nämlich so dass der multiplus 28000 und multiplus zehntausend also zwei zehntausend noch nicht zertifiziert sind die sind momentan in der zertifizierung aber viktron hält sich da immer sehr sehr bedeckt wie lange denn das noch dauert sprich wenn ich jetzt gerade aktuell einen achttausender oder zehntausender kaufe dann kann ich die noch nicht anmelden bei meinem netzbetreiber weil der sagen wird bitte zeigen sie mir mal die entsprechenden zertifikate und dann packt man merkt man in die tasche da gibt es nämlich noch nichts so und dementsprechend wenn ihr jetzt aktuell ein betriebs ein betrieb eines multiplus systems plant achtet drauf nur die dreitausender und fünftausender sind momentan zertifiziert auch der quadro der neue der quadro 2 ist noch nicht zertifiziert den unterschied kann man hier jetzt auch prima sehen der unterschied ist definitiv der zweite a c in eingang das heißt der hat zwei a c in und zwei a c out wofür braucht man das gegebenenfalls ganz einfach indem man auf der ersten seite das grid schaltet also den ja im endeffekt das ganz normale stadtnetz und auf den zweiten a c in zum beispiel ein generator schaltet das ist hier nicht möglich bei den multiplussen das ist vielleicht auch noch so eine information die man mal loswerden sollte wenn ich den multiplus dazu bringen möchte mit einem netz zu arbeiten also sprich zum beispiel mit dem deutschen netz und auch vernünftig einspeisen können soll beziehungsweise auch als ess arbeiten können soll dann muss ich ein grid code auswählen und dieser grid code sobald ich den ausgewählt habe kann ich am a c in kein generator mehr betreiben das funktioniert nicht der schaltet nicht durch das muss mir bewusst sein wenn ich so eine anlage baue wenn ich das mit einem mit einem quadro baue dann ist das durchaus möglich der ist nämlich genau dafür gedacht am zweiten a c in port einen generator zu haben aber auch der ist noch in der zertifizierung und noch nicht zertifiziert das heißt das kommt in zukunft noch timeline wie gesagt vectron vectron hält sich da immer sehr bedeckt was sowas angeht wenn ich da irgendwas höre dann werde ich da noch gegebenenfalls noch mal ein update hinterher schieben so kommen wir zum multiplus 2 und seinen anschlüssen ich habe jetzt hier absichtlich mal den multiplus den standard multiplus also den dreitausender und fünftausender die sind gleich aufgebaut und dann den 8000 10.000 hat die sind gleich aufgebaut auf das bild gebracht unten hier sieht man noch mal wie bringe ich die dinger denn an der wand an die wand denn die multiplusse die sind richtig 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 schwer da kriegt man echt viele kilo für sein geld das liegt einfach daran dass die multiplusse intern mit dem trafo arbeiten und dieser trafo der ist sehr sehr schwer man hat hier im endeffekt so ein blech und dieses blech wird an die wand geschraubt mit drei schrauben da sollte man auch was ordentliches nehmen nach nicht dass das hinterher von der wand fällt und dieser multiplus wird dann im endeffekt einfach eingehakt von oben auf diese ja auf diese vorsprünge hier nur damit man das mal gesehen hat wie kriegt man so ein ding an die wand der multiplus ich bin mir jetzt nicht sicher wegen des gewichts also die datenblätter auswendig kann ich jetzt nicht aber der wiegt locker seine 25 bis 30 kilo der kleine der große der darf entsprechend mehr wiegen also da würde ich locker auf 30 bis 35 kilo schätzen vielleicht sogar noch mehr müsste man halt mal nachgucken so was kann man jetzt hier noch sehen oder was sieht man hier auf dem auf dem bild man sieht hier einmal den batterieanschluss das heißt ich habe hier plus minus oder minus plus ich kann es gerade nicht genau erkennen ich glaube dass hier ist plus und man hat hier die beiden ac out eingänge die hatte ich ja eben schon besprochen man hier hat hier den ac in in der mitte und ja die werden einfach hier unten durch die klemmen rausgeführt beziehungsweise reingeführt dann hat man hier noch so ein ja so einen kleinen klemmblock das sind die das ist das sogenannte aux relais da kann man das da kann man entsprechend dinge anschließen die der multiplus mit dem entsprechenden assistenten steuern soll assistenten das wäre jetzt leider auch ein bisschen bisschen tief in die materie gegangen aber assistenten sind kleine stückchen software die irgendeine funktionalität nachrüsten zum beispiel das ess ist ein assistent der muss per software nachgeladen werden der ist da standardmäßig nicht drauf genau wie zum beispiel ein pv inverter assistent also dass der dass der multiplus gegebenenfalls mit einem pv inverter am ausgang klarkommt also die frequenz erhöhen kann das kann der standardmäßig erstmal wenn er aus der tüte fällt nicht aber dann kann das wenn man es nachrüstet so dementsprechend hat man hier noch ein paar andere ports die zum beispiel sind hier zwei ve direkt ports dabei das sind dann die anschlüsse die richtung multiplus gehen dann hat man hier noch ein current sensor hier oben also man kann so ein ja so ein kleineren im endeffekt so ein ferrit was auch immer ist kern sensor der dann um so ein kabel rum geht also kennt kennen einige vielleicht kann man hier einstecken normalerweise braucht man das aber nicht wenn man mit mit so einem em oder et zähler arbeitet und dementsprechend gibt es jetzt hier auch noch ja so die wäre also ein temperatursensor und so weiter aber das ist jetzt erstmal das ist alles unspannend das ist periphere anschlüsse die oder das sind periphere anschlüsse die für uns jetzt erstmal nicht so spannend sind das letzte ist hier noch so ein schalterchen der hat die position 1 und 2 und die position 1 ist im endeffekt normaler inverter wechselrichter betrieb bzw ladegerät betrieb und wenn ich den auf position 2 schalte in dem moment arbeitet der multiplus nur noch und ausschließlich als ladegerät nicht mehr als inverter muss man auch wissen also wenn man dieses ding hier auf die falsche position stellt und sich wundert warum das gerade alles nicht mehr funktioniert dann liegt das in allermeisten fällen daran so was ist bei dem multiplus 2 8000 anders das kann man hier direkt schon erkennen aufgrund der relativ hohen leistung die hier gefordert wird also wenn man hier acht oder gehen wir mal auf die zehntausender vielleicht das ist einfacher zu rechnen wenn ich das auf 48 volt runter rechne dann sind das über 200 ampere und 200 ampere wollte viktron wohl hier diesen kleinen einfachen anschlüssen nicht mehr zutrauen und deswegen haben sie dann hier erstmal pro anschluss zwei batterie kabel vorgesehen das ist erstmal das erste was augenscheinlich auffällt das gleiche gilt für unsere ac anschlüsse das heißt ich habe jetzt hier kein pe mehr also hier keinen grundsätzlichen pe das machen sie nämlich hier unten mit so einer erdungsschiene die haben sie hier unten runter geschraubt das war übrigens hier auch so also die pe eingänge sind alle miteinander verbunden und dementsprechend ob ich wenn ich jetzt einen beschalte oder das chassis anschließt das ist alles genau das gleiche haben sie sich also hier gespart haben sie einen haben sie einfach eine pe schiene hingemacht und fertig und dementsprechend habe ich hier auch wieder aber achtung andere reihenfolge hier war es ac out ac in out ac out hier ist es ac out ac out ac in habe ich hier meine n und meine l je nachdem die beschaltung ist hier auch wieder auf diesem schönen kleinen bildchen zu sehen ist aber genau das gleiche was ich vorhin gezeigt habe und ich habe hier jetzt diese ganzen sensor und andere themen habe ich jetzt hier auf diesen auf diesen klemmblöcken will ich jetzt nicht sagen was ist das wie heißt sowas keine ahnung das sind irgendwie ja sowas man legt es auf schraubkontakte punkt so und hier unten habe ich nur noch diese beiden ve bus anschlüsse weil hier habe ich ja noch diesen anderen anschluss wo auch die sensor kontakte drauf liegen weil die hier nämlich fehlen und den current sensor den kann man hier auch wieder erkennen sowie hier unten den remote den remote anschluss und der remote anschluss der ist für uns aber normalerweise total unspannend ja soviel erstmal zu den normalen multiplussen jetzt gucken wir uns das gleiche noch mal an wie das bei den quadros ist bei den neuen quadros die haben nämlich dementsprechend die selben anschlüsse also was hier ac seite und batterie seite angeht hier sieht man wieder nur einen anschluss das ist dann der der kleinere quadro dafür gibt es aber zwei ac ins und zwei ac outs der rest ist wieder relativ gleich einziger unterschied zu den multiplussen den 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 kleineren multiplussen ist dass der jetzt trotzdem dass eine 5000er version ist hier ein nur die beiden vd bus ports als 45 stecker hat der rest ist hier weiterhin auf diesen schraubklemmen zur verfügung gestellt also diese die werden das ist quasi das modernere design das gleiche gilt für den größeren quadro hier sind es wieder zwei batterie pol anschlüsse spannenderweise haben sie sich jetzt hier wieder um entschieden vom design her das heißt hier haben sie jetzt auch wieder ganz normale schraubklemmen gemacht also nicht mehr diese recht großen pole wie wir das hier hatten also obwohl die leistung im endeffekt die gleiche ist ich finde das mit den großen polen auch eigentlich viel schöner aber gut das muss man halt wissen wie man es macht und haben sich auch wieder die pe schiene gespart aber naja ist halt so so und dementsprechend der rest ist wieder gleich der gleiche schalter hier ich habe hier wieder die schraubklemmen hier oben den current sensor und den remote on off port der ist hier auch vorhanden der war auch hier vorhanden und nicht so schön gezeigt also hier ist einmal und da ist einmal ich kann da also einfach mit einem relais oder was weiß ich was man da gerade zur verfügung hat potenzial freier kontakt und kann damit das gerät ein und ausschalten also wenn man das nicht über diesen schalter machen will kann man es über dieses machen und das ist auch gebrückt normalerweise wenn man den raus zieht geht er halt nicht mehr viel normalerweise so so viel erstmal zu den quadro 2 und seinem anschlüssen kommen wir noch mal kurz zu den mppt ladereglern das video ist sowieso schon wieder viel länger geworden als ich das eigentlich wollte aber so ist es halt die mppt laderegler da habe ich jetzt absichtlich mal zwei versionen rausgesucht die ve kann und ve direkt zur verfügung stellen ve direkt ist im endeffekt einfach ein serieller port der mehr oder weniger durch ein ganz normales kabel also das kabel kann ich mir sogar selber basteln an den servo verbunden wird der servo hat aber nur drei anschlüsse dafür wenn ich mehr brauche also mehr mppt es anschließen will dann habe ich entweder die chance über das über ein usb auf vdrekt kabel anzuschließen oder ich nutze ve kann das ist nämlich so ein daisy chaining da gehe ich also quasi von einem gerät zum nächsten und ja ansonsten ist das eigentlich total unspannend sind also die geräte sind easy einfach anzuschließen ich habe hier einfach einen batterieeingang ich habe einen pv eingang schön darauf achten wenn ich die anschließe dass auch die polung richtig ist die sollten zwar einen verpolschutz drin haben aber das funktioniert auch nicht immer und von daher sehr vorsichtig sein gerade wenn ich mir diese großen geräte angucke also jetzt hier dem den 250 70 oder 250 100 da liege ich ja dann schon bei ein paar hundert euro oder eher schon fast bei 1000 euro von daher wäre es ja schade wenn ich mir die so kaputt mache hier oben kann man noch ein display einbauen wenn man das möchte für gewöhnlich brauche ich das aber nicht wenn ich ein iss betreibe bzw im keller irgendwo das gerät stehen habe das kann ich mir auch genauso gut in der vm app oder in der remote konsole angucken so ja was ist ja der grundsätzliche unterschied bei den beiden das kann man hier sehr prima erkennen ich habe nämlich hier einmal die mp mc4 variante sprich hier kommt einfach hier wird ein mc4 stecker aufgesteckt dann komme ich auch gar nicht erst in das problem normalerweise dass ich die pv seite verpolen kann das ist hier bei den schraubanschlüssen natürlich anders das ist die sogenannte tr version steht hier auch drauf und hier steht mc4 version drauf ansonsten sind diese beiden jetzt erstmal gleich ich habe hier unten noch ein relais wieder mal was ich für irgendwelche themen nutzen kann meistens sehr gerne genutzt wenn die geräte alleine arbeiten also zb in einem wohnmobil oder so dann kann man diese kann man die prima nutzen und hier ist wieder so ein remote anschluss der auch wieder gebrückt ist das heißt möchte ich diesen laderegler ein oder ausschalten irgendwie durch irgendeine logik dann kann ich hier einfach einen potenzial freien kontakt nehmen ein relais oder was auch immer und kann dieses ding dann damit einfach brücken und somit ein und ausschalten und das ist hier genau das gleiche genau so erstmal dazu es gibt die auch noch in deutlich kleiner das heißt das sind jetzt hier die 150 und die 250 volt version es gibt die auch noch in einer 100 volt version auch der 100 und der kleinste im endeffekt ist der 100 schrägstrich 20 ach so dazu vielleicht auch gerade noch mal was diese bezeichnung denn über bedeuten 150 volt ist eigentlich klar das ist nämlich die die pv seite und die 100 die besagt wie viel strom kann dieser laderegler überhaupt in die batterie abgeben sprich ich habe bei der benennung einmal die pv seite und ich habe einmal die batterie seite der zweite wert ist die batterie seite das heißt dieser laderegler kann mit 100 ampere in die batterie laden dabei ist es dann egal ob die batterie 12 24 oder 48 volt hat oder vielleicht sogar 36 volt das geht auch wenn ich jetzt 48 volt mal annehme also nominell habe ich dann irgendwo eine spannung von 50 volt oder so oder kurz drüber dann bin ich mit diesem gerät hier in der lage circa 5 kw in die batterie zu schieben also maximale leistung mit dieser 100 ampere version aber ich darf auf dc seite maximal 150 volt haben bei dem gerät hier ist es ich habe darf nur 70 ampere haben und somit bin ich bei einer maximalen ladeleistung also wenn wir jetzt wieder die gleiche spannung annehmen von 3,5 kw das heißt das gerät hat zwar nominell auf pv seite deutlich höhere spannung mit von 250 volt aber auf batterie seite in dem fall jetzt nur 70 volt obwohl das das deutlich größere oder was heißt deutlich größer aber das ist das ist von der bauart größer und es ist von der rein von der rei auch vom preis her ist es größer als dieses hier aber kann weniger leistung in die batterie schieben kommt manchmal ist manchmal ein bisschen seltsam aber muss man sich halt erst mal klar machen was diese werte bedeuten des weiteren gibt es bei den ladereglern noch einen unterschied das hier sind jetzt die smart solar das heißt die haben den integrierten bluetooth port wenn ich mich mit meinem handy verbinden möchte über victron connect zum beispiel kann ich das direkt machen dann gibt es noch die blue solar versionen die haben kein bluetooth und ja das ist dann eigentlich der einzige unterschied also soviel erstmal zu den ladereglern wie gesagt dimensionierung ist auch noch mal so ein thema für sich muss man sich halt angucken wo man den besten preis beziehungsweise wo man die das preis leistungsverhältnis am besten passt also wenn ich eine hohe solar spannung habe dann komme ich halt nicht drum herum aber kann ich zum beispiel eine niedrigere spannung fahren dann kann ich gegebenenfalls mehr ladeleistung für weniger geld bekommen wie bei den großen geräten so hier noch mal wie das mit dem mit den verbindungen zum gx ist die ve kann version hatte ich ja vorhin schon erwähnt die kann ich einfach daisy chain das heißt ein gerät nach dem anderen und wenn ich mich nicht irre sind das irgendwie darf man bis 20 von denen daisy chain damit kriegt man halt schon eine ganze menge dran dass hier ist ein relativ alt also ist ein color gx das ist der große bruder bruder von der von der venus von hinten dass es quasi mit mit display auf der vorderseite und auf der rückseite sind hier die ganzen anschlüsse aber auch deutlich weniger als der servo also im endeffekt ein veraltetes gerät aber für die anschauen ist es ganz schön ich muss nämlich einmal ich muss diesen ve kann bus terminieren das macht man hier mit so einem terminations adapter der auch im lieferumfang dabei ist dann schließe ich hier meine mein erstes kabelchen an in klammern das dürfen absolut normale netzwerkkabel sein viktron möchte da gerne ihre eigenen utp kabel für einen relativ hohen preis verkaufen man kann da aber einfach ein beliebiges netzwerkkabel nehmen und hier das ganze dann einfach daisy chain von einem zum anderen und fertig das mit den netzwerkkabeln gilt übrigens auch den für den ve bus das ist genau dasselbe das sind ganz normale standard netzwerkkabel die kann man bei diversen versandhändlern für ganz kleines geld kaufen und dementsprechend muss man da nicht die teuren kabel von viktron nehmen ja und die zweite möglichkeit das hatte ich ja eben schon erwähnt ist dieses ve direkt kabelchen dieses ve direkt kabelchen kommt in diesen kleinen port hier das ist auch das ist der port der eigentlich an allen kleineren ladereglern vorhanden ist insbesondere die 100 die 100 volt versionen haben das alle des ve kann das ist nur bei den größeren und teureren geräten da wenn man wenige mppt es anschließen will dann ist vi direkt durchaus das mittel der wahl weil es einfach günstig ist und auch die laderegler sind deutlich günstiger möchte ich dann mehr geräte anschließen also sagen wir mal hier wie es jetzt hier ist mit fünf oder so dann ist vielleicht ve kann die richtige wahl die kabel kann man hier noch mal sehen im endeffekt ist das auf beiden seiten das gleiche wie ich vorhin sagte die kann man sich sogar auch selber bauen wenn man das möchte gibt es ein paar videos auf youtube habe ich auch eins von veröffentlicht und wenn ich mehr als diese drei ports zum beispiel von dem servo belegen möchte dann gibt es noch die möglichkeit ve direkt auf usb zu nutzen die gx geräte haben für gewöhnlich alle usb eingänge das heißt ich stecke hier meinen usb port rein und habe dann auf der anderen seite noch einen voll funktionsfähigen ve direkt port somit kann ich mir die anzahl der ports auch noch erhöhen aber das ist natürlich eine limitierte sache wenn ich das ganze auf die spitze treiben möchte dann kann ich sogar hier noch einen aktiven usb hub dranhängen und da dann wieder diverse usb auf der ve direkt kabel anhängen aber das ist natürlich dann irgendwann ein thema dass die dass die gx geräte dann nicht mehr genug leistung haben diese ganzen schnittstellen zu pollen und das wird dann alles ein also muss man gucken dass es sinnvolle werte sind genau ja soviel zum so wofür zum thema wie verbinde ich denn die laderegler jetzt einfach mal zum gx gerät und damit sind wir dann beim nächsten thema nämlich den neuesten mppt ist das sind nämlich diese rs 450 geräte die sind auch ziemlich teuer haben aber paar echt coole leistungsdaten nichtsdestotrotz wenn ich auch da wieder die spannung der modul felder relativ klein halten kann dann sind trotzdem auch wieder die smart solar oder die ganz normalen blue solar vielleicht eine alternative denn dieses gerät hier was der rs 450 100 ist kann auch nur 100 ampere laden das heißt der ist bei einem 50 volt akku auch nur in der lade lage 5 kw zu laden das ist nicht so viel also wenn man jetzt bedenkt dass das gerät so 1100 1200 euro kostet dann und die ich sag mal die hunderte die 150 100 irgendwo so bei 6 700 euro liegen dann muss man sich das mal überlegen ob man das nicht gegebenenfalls ein bisschen umverkabeln kann nichtsdestotrotz haben die einen sehr deutlichen vorteil dazu komme ich aber gleich noch es gibt nämlich hier noch den rs 450 200 der ist halt in der lage schon mal locker fluffige irgendwie 10 bis 12 kw also 10 kw wenn wir nach meiner rechnung gehen in den akku zu schieben das ist schon ganz ordentlich den gibt es in der größe von den smart solar reglern nicht und der liegt aber auch bei locker über 2000 euro wenn man den kaufen möchte so dann kommen wir mal zu den kabeln anschlüssen der geräte damit man mal den unterschied sehen kann jetzt fangen wir erstmal bei dem hunderter an der doch sehr deutliche unterschied nämlich den das ist nämlich einer der wirklichen vorteile von diesen rs 450ern ist der zwei mppt trecker drin das heißt er kann seine 100 ampere beziehungsweise seine pv spannung oder die modul felder auf zwei unterschiedliche richtungen zum beispiel kann er die bekommen was ja schon deutlicher vorteil ist also wenn ich jetzt irgendwie eine ost west anlage habe dann kann ich auf eine auf einen mppt auf einen eingang kann ich osten legen auf den anderen kann ich westen legen und dann habe ich das ganze thema mit einem laderegler durch wenn ich das mit smart solar machen wollte die haben alle nur einen einzigen eingang dann wäre ich halt dann müsste ich in dem moment hingehen und müsste sagen okay muss ich zwei davon nehmen und dann ist der preisvorteil von den smart solar beziehungsweise blue solar nämlich wieder dahin ansonsten ist das relativ übersichtlich das ganze ich habe hier noch einen einen batterieanschluss relativ potenten der muss ja auch 100 ampere hergeben wie ich das vorhin sagte ich habe noch einen einschalter und hier unten die ports kann man jetzt leider nicht sehen aber die sind äquivalent zu diesem hier ich habe nämlich hier oben wieder meine v e can bus schnittstellen darüber ist das v e direkt das ist hier auf der seite genauso wie gesagt kann man nur leider gerade nicht sehen paar lüfter habe ich auch hier in diesem fall sind es drei hier sind es nur zwei aber der kann halt auch 200 ampere und der eklatanteste unterschied ist jetzt hier ich habe vier mppts und dann wird es halt schon richtig spannend wenn ich viele viele verschiedene ausrichtungen habe dann kann ich mir vielleicht sehr viele mppts sparen indem ich jetzt hier einen von den großen hin baue und das ist wirklich ein wirklicher vorteil abgesehen von der recht hohen modul spannung die ich fahren kann das heißt die strings können natürlich länger werden im vergleich zu den 250ern vectron ist dann natürlich von den anderen ladereglern nicht ladereglern von den ac wechselrichtern noch weit entfernt die teilweise bis 1000 volt können also gut aber 450 ist schon mal ein anfang beziehungsweise ist schon ganz brauchbar da kann man schon was mit anfangen und dementsprechend ja die pv seite kann deutlich höher sein die strings können länger sein ich habe weniger verkabelungsaufwand und ich habe vier mppts der rest ist ja wie ich das eben schon sagte gleich ich habe hier zwei batterie pole in dem fall hier ist es jetzt so dass ich halt 200 ampere abführen können muss und dementsprechend habe ich hier auch wieder zwei schraubanschlüsse so dass ich da zweimal sagen wir mal zweimal 70 quadrat oder was auch immer anschließen kann um da die leistung sicher abführen zu können ansonsten ja hier unten wieder so ein paar schaltausgänge und wahrscheinlich ist da auch der remote auch der remote ausgang wieder dran ich habe jetzt leider keinen hier um das nachzugucken ansonsten v e kann v e direkt fertig die geräte werden halt ganz normal gefunden als ja als mppt und können halt eingestellt werden aktuell ist viktron da mit der firmware noch ein wenig am kämpfen also es gibt so probleme das hat mir auch ein community mitglied jetzt mitgeteilt im schattenmanagement das heißt wenn das schattenmanagement an ist dann brechen häufiger mal kurzzeitig die leistungen ein ich nehme aber an das wird viktron in einem zukünftigen firmware update dann auch mal beheben aber auch da ist es halt so leider gibt es da wenig informationen an was viktron gerade kämpft und wo deren probleme sind manchmal wäre ein bisschen mehr kommunikation von viktron seite wirklich nützlich auch für mich zum beispiel der jetzt sehr häufig gefragt wird zu dem ganzen thema es wäre wenn das einer von viktron hört dann lasst doch mal von euch hören auch und sagt mir doch mal ob es da vielleicht möglichkeiten gibt gegebenenfalls an informationen zu kommen so wir sind jetzt mit der ganzen präsentation schon fast am ende ich habe hier noch zwei interessante produkte ausgegraben die ich für sehr spannend halte viktron hat natürlich noch viel mehr produkte bus bars andere wechselrichter andere laderichter und so weiter aber das wäre das würde jetzt hier vollkommen über die stränge schlagen was ich sehr spannend finde ist einmal viktron hat jetzt eine neue world box rausgebracht die ist noch nicht soweit ich weiß in der aktuellen preisliste die dürfte aber jetzt sehr sehr bald auftauchen die ist halt voll voll integriert in diese viktron welt und hier was man hier oben sehen kann ist tatsächlich auch ein touch touchscreen wo die übliche remote konsole abgebildet ist plus noch mehr ein paar informationen zum zum ladeverhalten des autos und ja also mehr oder weniger voll integriert in die ganze geschichte bin ich sehr gespannt wann ich die erste in der hand halten werde und da mal ein paar informationen so raus geben kann und hier an der seite sieht man einen sogenannten easy solar das ist im endeffekt ein kombi gerät das ding ist auch tatsächlich so hoch also quasi mehr oder weniger doppelt so hoch wie die anderen viktron geräte da sitzt nämlich ein mehr oder ja da sitzt ein multiplus drin da sitzt ein mppt laderegler drin da sitzt auch ein gx gerät drin was man hier anhand der ganzen port sehen kann alles in einem gerät wenn man jetzt nicht viel platz hat oder vielleicht auch gar nicht plan zu erweitern oder ähnliches dann ist das wirklich eine option dann kann man da wirklich was mit anfangen und muss ich halt nur ein gerät an die wand hängen nicht tausend unterschiedliche kabel noch verbinden sondern das ist intern natürlich alles mehr oder weniger verschaltet so dass die geräte miteinander sprechen finde ich auch eine gute option wie gesagt für integrierte anlagen ja wenn ich nur wenn ich nicht erweitern möchte kaufe ich mir so ein ding feiern und vergärt und das war's so jetzt bin ich am ende angekommen wie viele von euch wissen habe ich mittlerweile einen shop aufgebaut unter soll watch eu wir leiden momentan auch so ein bisschen unter den ganzen chip krisen thematiken und lieferschwierigkeiten im solarbereich nichtsdestotrotz bekommen wir sehr regelmäßig waare und können euch da auch gute preise machen inklusive der beratung und auch hilfestellung wenn es mal probleme gibt also wenn ihr spaß dran habt oder euch solche anlagen kaufen möchtet dann lasst es uns doch mal wissen bzw schaut euch den shop an www soll watch.eu oder schreibt uns einfach mal eine mail ansonsten würde ich mich über abos kommentare likes oder was auch immer freuen ich beantworte soweit möglich immer noch alle kommentare komplett durch dauert manchmal ein bisschen aber ich mache das einfach es hat mir sehr viel spaß gemacht dieses video war eigentlich mit einer halben stunde angesetzt jetzt ist es mal gerade locker eine stunde wer bis hierhin zugeguckt hat vielen dank und respekt hätte ich nicht gedacht und ja bis zum nächsten video macht's gut bis dahin und tschüss